Ja, wir sind jetzt hier am KTM-Stand mit unserer neuen Rubrik, sinnlose Motorrad-Accessoires. Zum einen hier dieser schöne KTM-Toaster, kostet Punkt 45 Euro, toastet dir aber das KTM-Logo morgens auf deinen Toast. Mein Tipp, kauft euch das Ding nicht, fahrt dafür lieber einmal tanken. In einem halben Jahr könnt ihr froh sein, wenn ihr für 45 Euro noch eine Tankfüllung kriegt. Das nächste, mehr oder weniger sinnlose Accessoire, ein KTM-Brandzeichen. Damit könnt ihr euch beim Grillen das KTM-Zeichen auf euer Fleisch glühen. Ob es damit besser schmeckt, ich weiß es nicht. Ob es gut aussieht, ich weiß es auch nicht. So, für den einsamen Motorradfahrer im Büro vielleicht eine sinnvolle Ergänzung in der Mittagspause. Ein bisschen ausspannen mit dem KTM-Motoren-Sound-Generator. Der KTM-Schnuller, zwei Stück für 7 Euro. Wirken sehr entspannt beim Motorradfahren, bei langen Grenzübergängen, wo auch immer, nutzt den KTM-Schnuller. Ihr verwirrt die Zollbeamten, ihr macht euch lächerlich, eine riesen Gaudi. Und das für nur 7 Euro, original aus Österreich. Die Zolle, zwei Stück für 7 Euro.